Hinter dir läuft glaube ich was. Ja, ein Zombie, genau. Hatte ich eben schon gesehen. Hab ich gute Augen. Obwohl ich hier unten bin. Ich hoffe, es ist noch genug. Nehme ich mir einfach mal alles raus. Ja. Ganz Folge am Holz verlegen. Ich muss ja noch eine Schicht Erde drauf machen, Alter. Noch eine Folge. Wieso noch eine Schicht? Nein, brauchst du doch nicht. Nur eine Schicht. Ich dachte zwei. Nein, eine nur. Wir machen das doch mit Talflips. Also nur eine Schicht Erde brauchen wir. Ja, die obere Schicht muss aber aus Erde sein. Ja, eine Schicht nur. Wir haben jetzt Holz und dann Erde. Mehr brauchen wir nicht. Weißt du was ich meine, ne? Ne, eigentlich nicht. Wie willst du das denn bewässern? Ja, das mach ich dann schon. Du willst es doch von unten dann bewässern. Sodass man das Wasser nicht sieht. Ja, ich mach das. Ich hab ich dir eben erklärt mit Halsslack. Wir machen jetzt einfach eine Lücke rein. Ja. Und dann Halsslacks rüber. Das ist einerseits, dass das bewässert wird. Und einerseits, dass wir da rüber gehen können, ohne auf dem Feld laufen zu müssen. Achso. Jetzt verstanden? Ja, aber... Na gut, ich hatte es ein bisschen anders gedacht. Hast du es bei dir auf Englisch gestellt, oder was? Nö. Was sind denn Halsslacks? Ja, Stufen. Also halbe Blöcke. Oh ja. Ja, so groß hätten wir es gar nicht machen wollen. Nee, vielleicht ein Viertel davon. Egal, müssen wir nicht halt nicht so oft ernten. Ja. Einmal eine Folge, alle Samen rein zu hauen. Alle 50. Folge mal. Irgendwann wird es noch renoviert. Das, was du oben siehst, ist unten auch. Aber hier ungefähr jetzt nur halb, denke ich mal. Kannst ja sogar noch irgendeinen Wohnraum reinmachen. So groß wie das alles ist. Na, später werde ich aber trotzdem keinen Platz haben. Ganze Verkabelung. Oh, es donnert. Jo. Ich richtig Angst, Team. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. So, fertig hier. Ja, dann hat man auch einen mit dir. Voll am Ruhm kommandieren. Ich muss auch mal was anderes machen. Mein Bauchhaus wollte ich auch machen. Ja. Wollte eigentlich auch mein Haus schon gebaut haben. Oh, nee, ich muss auch mal wieder anhängen. Oh, da ist Anaman. Ja, ich höre sogar. Von hier. Ach, scheiße. Ich habe ja auch meine Kürbisse verloren. Fertig ist er. Damals. Oh, ich auch. Damals. Für die Zuschauer wird es damals sein. Ja. Vor einer Woche. So. Hier oben auch so dunkel, ey. Richtig episch hier unten. Donner Blitz. Schon wieder im Kappel hauern. So. Alter. Jo. Sieht richtig fett aus. Hm. Hm. Jut, jut. Jut, jut. Na, packe ich ja das Erde hier noch in die Kiste. Ja, hier unten musst du doch machen. Ja. Ja, wilden kannst du doch machen. Denkst du, ich mache hier alles für dich? Wieso? Das ist für uns. Ja. Unsere Weizenfragen. Brauchst du jetzt fackeln oder nicht? Ja. Ich werfe dir fünf runter, mehr habe ich nicht. Ah, reicht nicht. Ja, egal. Hier, äh. Liegen da unten. Jut. Ja, ist aber dein Projekt hier, ey. Das ist doch top. Unser Projekt. Hier läuft der Enderman irgendwo rum. Und ich bin gleich tot. Da ist er. Wenn er mich einmal angreift, bin ich weg vom Fenster. Deswegen ganz schnell hier weg. Oh, spinne da auch noch. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann nicht laufen. Oh, ich habe doch Steak dabei. Schnell hier bei dir eine Hütte rein, ey. Oh nein, sie greifen hier an. Ich muss hier weg. Schwert, komm her. Ach, scheiße. Ha, ha. Ähm. Ich verpeile immer, wo ich lang muss. Komm schon, bitte reich. Bitte reich. Ich spinne es einmal noch. Fuck. Au. Und ein Skelett, alter. Ich sterbe hier gleich. Nochmal. Glückwunsch. Ich will aber meine Sachen wieder haben. Spinne, warte hier auf dem Weg, alter. Schnell weg. Und Skelett wartet da auch, alter, ey. Verpisst euch doch alle. Angriff. Für die Horte. So. Dich kriege ich auch noch, du Saar. Ah, das wird eng hier. Cool. Uh, Schwein gehabt. Ah, Creeper. Cool. Creeper hier bei deiner Hütte. Ach, die Wände muss ich auch noch machen. Ey, ich kann hier echt nicht mehr frei rumlaufen. Aber wenigstens können wir bald schon die erste Ernte machen. Ohne, dass ich hier fertig bin. Ja. Wer bewässert das? Äh, wer züchtet? Wer samet? Ja, aber kann ich denn Samen? Alter, ist das groß. Übel. Ja. Ja. Ich hab das Gefühl, ich werde hier verfolgt. Das ist echt unangenehm. Oh, ja. Ja, nur am Regnen, ne? Mhm. Wollen wir mal schlafen? Jo, 5, würde ich sagen, ey. Ich bin da. Oh, auch unterwegs. Fast bei meinen Häuschen. Wenn's ein Häuschen ist. Oh, ein Creeper davor. Oh, ja. Puch. Puh. Alles weggebammt da. Juh. Ah. Das ist wirklich eine Spinne. So. Jo, bin am Schlafen. Jo, ich auch. Das ganze Gold hier reinpacken und alles. Ähm. 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 Keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Oh, Level 7. Oh, ich bin Level 2. Oh. Oh, sexy. Au. Sogar am Tag laufen die hier rum, ey. Ja. Ein Vieh hier. Hm, ein paar Fackeln mitnehmen, ey. Vielleicht sollte ich mal mal Holz mitnehmen, wenn ich was bauen will. Das wäre ein bisschen schlauer. Ich hoffe, ich habe hier noch was. Ähm. Sieht schlecht aus. Die Erde habe ich hier noch. Ja. So, ähm. Ja? Keine Ahnung. Wie baue ich in die Wände? Was gibt's denn so schöne, für schöne Materialien? Wo? Wie? Neh, neh. Das war's für heute.